Red Barrel 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 Hi, willkommen bei Outlast 2, das wurde sich nämlich gewünscht von jemandem Und ja, die anderen beiden Outlast-Teile haben wir ja auch gespielt. Die kamen ja hier vor. Ja, wenn dir die Outlast-Teile gefallen haben und das Let's Play bei mir, lasst du gerne einfach das, aber ich würde mal einfach sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe es schon mal gespielt, das ist ein bisschen länger her. Also ich weiß nur noch die Hälfte davon. Neues Spiel. Kein Spaziergang, ich sterben gern. Ich verdiene eine Strafe Lebens-Simulator. Ich will nur spielen. Ja, auf was soll man... Machen wir auf schwer? Ich meine, das ist ja nicht so schwer. Da ist das Geburtstagskind und zwar Kev. Der hatte mich mal am Geburtstag. Äh, machen wir auf schwer. Outlast enthält schwere Gewalt, Blutsexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Das wird sich ja gewünscht, also gehen wir direkt mal rein. Lindnagermann ist eine Enthüllung-Journalistin, die den geheimesvollen Mord einer schwangeren Frau in ländlichen Eraser-Hunder untersucht. Du bist Blake-Lagermann, ihr Ehemann. Es ist Sendung-Kameramann. Nehmt alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Hi ihr beiden, ich hoffe, euch geht's gut. So, dann röhne ich mal weg. Blake, where are you? Ich bin scaring. Er kommt. Er ist hier! No! Get away! Jesus, Blake. Are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Oh, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, uh, no. No, I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into Reservation Land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but, uh, we're good. Huh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum, hum. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Have a soup high. Have a soup high. Brr. Okay. I'm Lynn Langerman, here for Newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Who did you do? Until the end of the army is going down! Mayday, mayday, mayday! One thousand feet! Five hundred! Three hundred! One hundred! Let's go! One hundred! One hundred! Yo! Willkommen bei Outlast 2! Chat! Ich hoffe... Und natürlich alle auf YouTube. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ähm... Ich würde einfach sagen... Ja, wir fangen direkt in der Schule an. Äh, in der Schule! Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber das ist... Das war zu der Zeit, wo es rausgekommen ist. Ähm, ja. Kev hatte sich ein Horrorgame gewünscht, und Outlast 2 fehlte noch in unserer Outlast-Sammlung. Also, äh... Ich hoffe, du freust dich. Ich hasse... Habe ich eine Kamera? Nein, habe ich nicht. Ach ja, alle guten Dinge sind drei. Und nein, Black, ich habe es... Äh, nicht gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Jessica... Das ist Jessica, glaube ich. Oder ist das Jessica? Nee, das ist sie aus dem... Flugzeugrad, das ist er. First Place. Jessica. Wo are you? Nein, kann ich nicht. Hier. Oh, was ist das? Ja. Okay, das erste, was ich mache, ich mache gleich einmal den Sound ein Stückchen leiser. Das war ja... Oh, meine Ohren explodieren. Die Kamera geht's gut, die ist heile. Don't worry. Achso, sollen wir jetzt drücken? Yay. Letztes Mal habe ich auf normal gespielt, das spiele ich auf schwer. Ich bin irgendwo in den Bahamas. Irgendwo in den Bahamas. Ist das sonst noch irgendwas, was ich... Oh, oh, oh. Wir sind genauso eckig, wir sind genauso eckig wie unser erster Charakter in Outlast 1. Ich bin ja immer noch auf Outlast 3 gespannt. Outlast Trials. Obwohl das irgendwie immer noch nicht so ein... Es soll ja kein Outlast werden wie das Outlast, was wir hier haben. Was ich irgendwie traurig finde, aber ich lasse mich überraschen. Eigentlich bin ich ein Fan von der Outlast-Reihe. Eigentlich bin ich ein vollkommener Fan von der Outlast-Reihe. Okay, nimmt nix. Oh. Wenn das Recording-Symbol bringt, heißt das, du zielst auf ein Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ergebnis ziehen, damit ein roter Kreis sich füllt, um den Moment vollständig aufzunehmen. Das war doch schwierig, oder? Ähm... F... Oh, mit F kann ich Nachtsicht einmachen? Ja, Nachtsicht ist natürlich viel besser. Ähm, wir haben doch... Nein, haben wir nicht. Da. Find Lynn. So, wir haben die ersten drei Sachen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mir die ersten Sachen umgucken. Ich bin Lynn Langerman. Hier für news tomorrow.net. Wir fliegen past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona. In search of the origins of murder victims. Okay. Okay. Äh, okay, warte. Dann haben wir das. Okay, da ist das. Dann haben wir hier. Okay, er sagt... Also wir nehmen Sachen auf und er sagt irgendwas. Ähm... Was wir nicht hören, aber in der Aufnahme hören was. Oh, das ist ja... Ist das unser... Ist das unser Pilot, der da hängt? Oh, oh, fuck me! Oh, fuck, 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 fuck! Wollen sie in einem Satz fuck sagen? Äh, ja. Ja. Was haben wir jetzt aufgenommen? Ähm... Ah, ich dachte, der Pilot. Hey. Da haben wir das Glück gehabt, dass wir irgendwo... Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo da oben gelandet sind. Sonst könnten das auch wir sein. Die da liegen. Oh, unsere Kamera nimmt HD auf. Um mich zu ducken. Okay. Ich will nicht so verschwenderisch mit der... Ähm... Mit den Batterien sein, weil ich nicht weiß, wie viele Batterien wir auf schwer finden. Auf normal hast du eigentlich... ...ne gute Sammlung an Batterien. Auf schwer... Weiß ich nicht. Oh, ich... Hoi... Jupp. Gucken wir mal. Jupp, du bist wohl nicht alleine. Jetzt habe ich Resident Evil Vibes. Von Village. Jetzt habe ich Resident Evil Vibes. Weiter. Sturm. Oh, Landsturm. Blockiert. Kann man da reingucken? Ich will da glaube ich gar nicht reingucken. Wir gucken. Wir müssen uns auf jeden Fall gut umgucken. Ich glaube nicht, dass hier in dem Haus noch einer lebt. Sieht voll cool aus mit dem Mond. Und alles. Ich krieg schon wieder Paraschübe, Alter. Kann ich hier rüber? Kann ich hier rüber? Ich glaube, der Mann ist mehr tot als lebendig. Kann ich sehen, auf was ich spiele? Oh, schwierig. Äh, nee. Schwerwiegend. Normal. Schwerwiegend. Und dann finden wir schon so viele... So viele Batterien. Ähm. Ich kann das... Oh, okay. Meine liebe süße Ellie, ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich jetzt von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse. Wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden musste. Aber ich bin im Inneren zerrissen und kann mich nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zum Ende Tag... Bis zum Ende jenen Tag Trost in den Armen Pater Knurz findest. Wie immer, dein Tom. Okay. Warte, ich glaube, da kommt ja mal so eine Anzeige. Ich bin hier in der Küche. Ich kenne das Spiel schon. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Alles gut. Alter. Ähm. Okay. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das hasse, das zu spielen. Der liegt eine aufgeschützte Kuh. Ähm. Warum creepy oder so? Komm, creepy oder sowas. Okay, es gibt eine Errungenschaft, wenn du dich im ganzen Spiel nicht in solchen Fässern versteckst. Ich werde mein Bestes geben. Moondance, danke schon für deinen Raid. Ich hoffe, dir geht's gut. Was hast du denn schönes gespielt? Äh. Was? Sieht irgendwie nicht so passabel aus. Amateur zu. Hey. Oh, Songs of Horst ist cool. Habe ich auch gestern gespielt. Songs of Horst ist schon ein geiles Game. Nur das Bauen gibt einen manchmal echt, äh, blöde Sachen. So, jetzt gucken wir mal, was da steht. Lieber Vater, der Herr segne mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbel den Boden in Daniels Zimmer. Als der heilige Engels Chor in mir aufstieg und mir wahres Gesicht verlieh. Es sah ein Geschöpft gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hingen hinab, äh, von die, was? Von ihm hinab, hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt. Doch die Gemächte waren, die standen bereit zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar ein großes, buckliges Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß konnte ich wieder atmen noch mich bewegen. Und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Laugen blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch eine Leere zu trösten, Angst ist gleich Freude in den Wegen der Herren. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das tröstet einer Schafe in heiligen Sehnsucht, Lisa. Wow. Ja, das Bauen in Songs of Horus macht mega Spaß. Außer du hast es wie uns, dass wir vergessen haben, eine Treppe zu bauen und wir konnten gestern Abend unser ganzes Haus nochmal neu bauen. Hi, Party. Da ist eine Tür. Oh, da ist eine Kamera. Äh, eine Batterie. Eine Kamera. Ich spiel das auf schwer. Und trotzdem sind hierbei Kameras. Ich, hä? Auf normal sind auch noch viele Kameras. Oh, was haben wir denn hier? Ja, wir haben es aber hingekriegt. Das Schlimme sind die Mutanten, die immer in einer Riesen-Links ankommen. Oh, ja cool. Somebody is watching you. Das war überhaupt nicht gruselig. Aber Fenster schließen. Meinst du jetzt Mundtens oder meinst du jetzt mich? Blob. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich rausgehe, weil hier gibt es zwei Türen. Okay, so. Okay, never mind. Mal aufspülen. Vielleicht ein Stacheldrahtzaun. Achso, mich. Ja, freu ich mich doch. Oh nein. Alter, hier raschelt es überall. Das ist voll nervig. Oh, da draußen! Geht doch. Gehen wir mal in dem Keller des dunklen Königs. Ach du Scheiße. Was zum Ficken. What haben wir denn da? Klage der Hebamme. Klage der Hebamme. Ja, gleichfalls. Ich erschrecke mich auch sehr oft. Ich kann das Spiel, glaube ich, 50 Mal gespielt haben. Aber ich erschrecke mich immer an der gleichen Stelle. Scheißegal. Das Kind, es kommt, breitet das Messer, macht. Das Kind, es kommt, hebe aber in der Nacht. Mutter, die den Feind gebärt, Gottes Welt durch Sünde bewährt. Hallo, Julia, halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird das feindes Blut vergessen. Hier wird sein Verschub. Das Kind, es ist erwacht, ihr Leibes spielt an. Das Kind, es erwacht, der Hölle gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Kling. Kniet, bittet frohe Ding. Ist das nicht ein tolles Lied? Das sieht aus wie eine Schlachtbank. Ach. Oh, cool. Sind das alles, sind das alles Körper von Frauen? Wird es ja erklären, wenn es halt die Geburten von Müttern sind. Achten sie wirklich ihre Kinder um? Aber dann kann das Dorf ja gar nicht existieren. Hier, knirsch, knirsch, knirsch. Ich sehe einfach nichts. Warte mal, geht man da vorne rein, tötet sein Kind, lichtet da hin und geht hier wieder raus und nach dem Motto, ach, ich fühle mich befreit. Ich sage ja! Äh, wie bei Far Cry 5. Das ist doch ein schöner Kinderspielplatz, bezogen auf Kinderspielplatz. Oh, ich weiß, wo ich bin. Oh, ich weiß, wo ich bin. Oh, ich weiß, wo ich bin. Wo ist die Alte? Ich hasse die Alte. Das Schöne ist, die Frau... Eif doch die Klappe! Ich muss, ich sehe sie da nicht mehr stehen. Hi! Hey, liebe Lein! Diesmal bist du weniger gruselig als zuvor! Ohohohohohohohohoho! Nee, nee! Ja, ja, dein Gott hier, dein Gott da. Mach mal Gott dich hier! Ist er abgesperrt? Ist er abgesperrt? Puh! Oh! Ich hau... Oh, danke. Da haben wir noch eine Batterie. Was sagt denn? Meine Batterie, ich habe noch fünf Balken. Ich brauche Horrorgames nicht wirklich spielen. Ich bekomme aber ein Neuer und wenn ich mich... Ja, deswegen guckt ihr auch gerne Horrorgames bei mir. Deswegen guckt ihr auch so gerne Horrorgames bei mir, oder was? Okay, ich darf in die Richtung nicht mehr gehen. Da kommt die Alte nämlich an. Wo ging das nochmal hier weg, ist die Frage. Weiter runter. Ui! Das war eklig. Oi, oi, oi. Ich mag Spiele eigentlich auch nicht so, aber... Das Spiel mag ich ja Horrorgames. Spielen mag ich gerne eigentlich. Kommt drauf an, welches Horrorgame das ist. Oh, die Alte steht da. Ich grusel mich eher vor dem Chat, als vor deinem Spiel. Au. Oh. Die Alte ist schon irgendwie schnuckelig, wenn die nicht gerade so das Gefühl in mir auslöst, wegzurennen. Ja, Montagmorgen arbeiten ist das schlimmste Horrorgame, was es hier gibt. Montagmorgens zu arbeiten. Gucken wir hier nochmal. Okay. Oh nein, ich habe die Batterie gewechselt. Ah, hi. Okay, du findest nicht an jeder Dings eine Batterie. Okay. Nein, ich habe morgen keinen frei. Wie kommst du da drauf, dass ich morgen frei habe? Ich habe keinen frei. Ich habe morgen Nachtschicht. Ich habe Nachtschicht. Ich habe drei Nächte. Deswegen gibt es morgen bis Donnerstag auch keine, äh, kein Stream. Noch? Noch? Der Stream ist erst seit 26 Minuten live. Was meinst du denn mit noch? An einem Montag. Genau, die Story des Spiels ist an einem Montag. Äh. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Ihr Ficker. Okay, das war laut. in deine schicht nicht zur regelmodel habe ich doch gesagt habe ich doch gestern schon gesagt im stream mann ich sollte doch noch hören du blödes ja ich kann keine fünf meter laufen aus dem ich hier dauernd mann ihr models alter ich wollte hier ganz gemütlich durchlaufen ich war da durch Alter! Okay, Tür eventuell verschließen, bevor ich da reingehe. Mein Gott, auf schwer ist das schon assig. Was ist denn mit Gläser? Da gehe ich da rein. So. Achso! Nein! Bist du ja gar nicht? Ja komm, tölt mich! Schirmat mich, du Bitch! Ah! Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!